Wir sagen immer ganz viele Leute, ich wäre eine Institution. So sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin halt einfach York. Ich gehe da hin und mache das, was ich am besten kann, nämlich labern. Und insofern glaube ich, solange das Licht in meinem Kühlschrank noch brennt und ich mir noch eine Scheibe Brot kaufen kann, und das wird mittlerweile eng, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber solange ich das noch wuppen kann, will ich das gerne probieren. Und dann kann ich am Ende aber sagen, ich habe es wenigstens probiert. Ich bleibe dabei, man kann nicht allen gefallen, nicht jeder kann alles, musst du auch nicht. Und es gibt ganz viele Leute, die mögen mich, es gibt ganz viele Leute, denen bin ich egal, es gibt auch genauso viele Leute, die finden mich scheiße. Aber damit kann ich auch leben, weil wenn man sich in so ein Mithebe gibt, dann ist das irgendwie. Touristietime wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort. Sind wir drauf? Wir sind drauf. Wir sind drauf? Ich bin immer drauf. Und das ist die Hauptsache. Dann sage ich, auf eine Tasse Tee mit Jörg Lange. Moin. Ich bin ein bisschen laut, Jörg. Das kommt doch, weil du da rumfummelst. Wieso? Ich habe doch nur meinen gemacht. Ja, nochmal. Auf eine Tasse Tee mit Jörg Lange. Moderator, Stadionsprecher, Talkshow-Host, Hundefreund. Mensch. Mensch. Mensch geblieben. Trotz des Erfolges. Radio-Moderator gewesen. Ja. Bewusst nicht ins Fernsehen gegangen. War optisch nicht mehr möglich, sagen einige aus meiner Familie. Trotzdem bist du jetzt vor der Kamera tätig als Talkshow-Host von Hashtag Wer-Kommt-Der-Kommt. Das ist richtig. Das ist eine Fernsehsendung, die hier in Schleswig-Holstein produziert wird, hier auch ausgestrahlt wird. Darüber wollen wir schnacken. Und darüber schnacken, wer du bist, wie man das wird, was du jetzt bist, was man nicht können muss, um das zu werden. Was du bist, was ich bin. Und das alles bei einer Tasse Tee vom Tee-Kontor Nordfriesland. Und, darf ich heute wieder mal erwähnen, Coffee, Anis, Schnaps von Ellers. Denn wir drei haben heute Morgen schon zusammen gefrühstückt. Das ist so. Beim BNI um 6.30 Uhr. Wie war das für dich so früh, um 6.30 Uhr da aufzukreuzen? Sei ehrlich. Erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal hierfür und auch fürs BNI-Frühstück. Das habe ich dir da schon nicht geglaubt, dass du vielen Dank dafür gesagt hast. Ich habe es auch bezahlt. Also insofern ist alles gut. Ich muss sagen, als ich beim Radio weg bin, ich war ja erst bei RSH und dann war ich ja ganz lange bei Radio Bob, habe da die Morningshow gemacht. Immer 5 bis 9. Und als das dann vorbei war nach 8 Jahren, habe ich mir geschworen, ich stehe nicht mehr freiwillig so früh auf. Und insofern war heute Morgen 6.30 Uhr Antritt. Schon in Husum sein für mich eine Hürde, aber ich habe es gemeistert. Und ich war sehr überrascht, wie viele Menschen morgens um 6.30 Uhr Zeit haben, in Husum frühstücken zu gehen. Sich die Zeit nehmen. Ja, sich die Zeit nehmen, genau. Aber es ist natürlich eine super Veranstaltung, weil es ums Netzwerken natürlich geht und um Business. Und das sich mal anzugucken als Gast war wieder sehr interessant. Ich habe das ja schon mal gemacht. In Schleswig gab es sowas ja auch schon mal. Und ja, bin noch nicht ganz abgeneigt. Ich bin noch so im Ziespalt. Ob in Uhrzeit. Was ich da schon herausgefunden habe über dich, was mich sehr überrascht hat. Ja. Ich habe dich immer wahrgenommen als jemanden, der als sehr extrovertiert im Mittelpunkt stehend. Und dann komme ich irgendwann dazu, gucke mal in die Runde, 40 Leute am Schnacken miteinander und irgendeiner sitzt hinten, wirklich in der hintersten Ecke. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon was gegessen hast. Du saßt da zumindest, beobachtend, zurückgezogen. Und ich sage, das gibt es nicht, der Lange sitzt da nur rum. Ja. Und dann komme ich zu dir und ich sage, was ist? Dann sagst du, so bin ich. Richtig. Das ist auch eine Facette von mir. Ich bin natürlich jemand genau wie du. Wir stehen natürlich, ja, im Mittelpunkt. Das ergibt sich, glaube ich, aus der Natur des Berufes. Wenn man das so wählt, dann kauft man das ja mit. Aber das höre ich ganz oft, dass die Leute immer denken, ich bin hier Hans-Dampf in allen Gassen und bei mir jeden Tag Party und eine Partyjagd, die nächste und hier und da. Nee. Ich bin gerne zu Hause. Ich habe einen Hunden, einen ganz tollen Husky. Ich habe fünf Katzen. Und wenn du mich einladen würdest zu einer großen Veranstaltung oder zu einer großen Party und ich hätte die Wahl, da hinzugehen oder ich bleibe zu Hause und sitze vom Ofen, würde ich immer zu Hause bleiben. Weil ich einfach, ich bin jemand, ich brauche sehr viel Zeit für mich auch. Und ich mag das auch natürlich, dieses Wuhlige und die Leute und auch bespaßen. Das kann ich auch. Aber das ist manchmal auch so zehrend, das wirst du auch wissen. Du bist ja immer konzentriert und geistige Arbeit ist auch anstrengend. Was gern unterschätzt wird. Richtig. Von außen stehen. Richtig, weil man denkt, man schüttelt das aus dem Handgelenk. Das ist auch so, aber es bedarf eben auch viel Vorbereitung und viel Konzentration. Und insofern war das tatsächlich auch der wahre York. Also ich sitze gerne in der Ecke. Ich beobachte auch, ich bin sehr, sehr kommunikativ. Ich komme nach meiner Mutter, da bin ich sehr dankbar. Also meine Mutter kann es auch in den Raum reinschmeißen mit 100 Leuten, die sie nicht kennt. Am Ende des Tages hat sie mit allen gesprochen. Wäre ich wie mein Vater, wird da gar nichts bei rauskommen. Insofern bin ich ganz dankbar, dass ich so bin wie meine Mutter. Dafür wird das Aussehen meines Vaters geerbt. Und ich muss sagen, mein Vater ist ein sehr attraktiver Mann. Kann er nur sein. Kann er nur sein. Ja, ja, genau. Keine Haare, aber sonst läuft alles. Fand ich sehr interessant zu beobachten, weil ich da große Parallelen zu mir erkenne. Ich werde häufig darauf angesprochen, gerade bei Abendveranstaltungen, Tore, ist alles gut? Ich sage, ja klar, wieso? Ja, du bist so ruhig. Ja, bin ich auch. Normalerweise, außerhalb des Podcasts, außerhalb der Bühne, außerhalb des BNI, bin ich introvertiert zurückhaltend, weil ich da auch wenig Lust eigentlich drauf habe. Kann ich gut verstehen. Und das eine bedingt das andere ja nicht. Überhaupt nicht. Es gibt ja auch zwei Varianten. Na klar, wenn das Licht angeht, egal ob beim Mikro oder jetzt an der Kamera, da muss man funktionieren. Für mich als Stadionsprecher von Holstein Kiel zum Beispiel. Ich bin vor 17 Jahren fast auf den Tag genau da angefangen in der vierten Liga. Da kamen irgendwie 1500 Leute ins Stadion. Da gab es kein Kamerateam, kein gar nichts. Und dann irgendwann wurde das immer mehr, immer mehr. Und dann auf einmal stand da ein Kamerateam und hieß es dann, jetzt machen wir Stadion TV. Hier ist deine Kamera, los geht's. Keine Ahnung, irgendwie ja gut so, wie man es dann irgendwie versucht. Und im Grunde ist das alles machbar. Aber wenn ich dann nach Hause fahre, das ist das Erste, was ich mache, das ist Radio aus. Und dann hat man Ruhe und dann ist es schön. Schlüpfst du denn in eine Rolle? Nein. Wenn du auf die Bühne gehst, wenn du das Mikrofon nimmst, ist es eine Überwindung für dich? Oder legst du den Schalter um und... Ich kann das gar nicht. Also es gibt gar nicht diesen Schalter, das alles bin ich. Also ich denke da gar nicht drüber nach. Für mich ist es auch keine Arbeit. Und das ist, glaube ich, das größte Glück, was ich entdeckt habe für mich. Dass man was machen kann. Was einfach so zu einem gehört, dass man, ich glaube, das würden die Leute auch relativ schnell merken, wenn man eine Rolle spielt. Da sind die meisten auch schon dran gescheitert. Auch gerade im Radio, wenn du on air irgendwie eine Rolle spielst und privat ganz anders bist. Ich bin so, wie ich bin. So kennt man mich, so mag man mich oder eben auch nicht. Ich frage aus persönlichem Interesse, wenn ich jetzt keine Rolle spiele, sondern von Mensch zu Mensch, der auf der Bühne regelmäßig steht oder funktionieren muss. Ja. Ich verstehe mich zwar nicht, aber es ist für mich immer noch eine große Überwindung und einfach, ich bin dort anders als privat. Okay. Aber ich bin trotzdem nicht aufgesetzt. Wie sieht es da bei dir aus? Machst du dir großartig Gedanken? Vorher machst du dich kirre? Machst du dich verrückt? Wie ist das? Wie ist denn dein Eindruck? Mein Eindruck ist, du schüttelst das so locker aus dem Ärmel. Dich kann man nachts wecken und du funktionierst. Ja. Das ist mein Eindruck. Entsprechend war ich heute Morgen nicht entsetzt, aber sehr überrascht, dass du da in der Ecke kauertest. Und ja. Ja, also es hat natürlich auch eine Vorgeschichte und man muss, glaube ich, wenn man in so einem Beruf arbeiten möchte, muss man, glaube ich, relativ schnell herausfinden, wie es für einen am besten funktioniert. Ja. So, und ich habe bei RSH dann angefangen, 2005 war es, da war ich 35, ich war der älteste Praktikant der Welt. Da bist du ja immer noch. Da bin ich immer noch, genau. Aber da bin ich tatsächlich angekommen und ich hatte so Mitpraktikantinnen und Praktikanten, die waren irgendwie Anfang 20, kamen alle von der Uni oder FH und haben alle irgendwie studiert und Bachelor und Medienwissenschaften und so. Und ich sage, ja, moin, ich bin York. Ich habe bis jetzt im Sanitätshaus gearbeitet, habe Toilettenstühle verkauft und jetzt mache ich Radio. Haben sie alle gelacht. So, aber nach 20 Jahren bin ich der Einzige, der noch da geblieben ist, weil ich immer wusste, was ich konnte, aber ich wusste noch besser, was ich nicht konnte. Und dann gab es so die ersten Off-Ware-Veranstaltungen. Ich habe ja auch lange in einer Band gespielt und da habe ich eigentlich angefangen zu moderieren. Weil zwischen den Stücken immer diese Pausen entstehen. Diese unangenehmen Pausen. Der Gitarrist stimmt nochmal sein Instrument, es wird nochmal ein Schluck getrunken. Ich dachte immer, ach du Scheiße. Und ich hatte eben nichts zu tun, weil ich kein Instrument spielen konnte. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu labern und die Leute zu unterhalten. Und das war im Grunde so der Anfang meiner Karriere, wenn man das so nennen will. Und als ich dann zu RSH kam, war ich ja schon, wie gesagt, Mitte 30, ein fertiger Bühnenmoderator und konnte auch sofort funktionieren. Und habe dann relativ viele Veranstaltungen moderiert. Und da gab es immer ordnerweise Infos. Unternehmen, wie lange am Markt, wie viele Mitarbeiter, bla bla bla. Und das habe ich natürlich alles auswendig gelernt und habe immer gemerkt, das brauchst du alles gar nicht. Das ist alles Schwachsinn, was du brauchst. Du musst wissen, was, wann, wo und dann guckst du mal, was passiert. Und das ist im Grunde, ich weiß gar nicht, ob es ein Geheimrezept ist, das bin halt einfach ich. Ich bin am besten, wenn ich einfach spontan bin. Ich weiß nicht, ob man das großartig lernen kann. Sicherlich kann man lernen zu moderieren, lernen, frei zu sprechen, vorzutragen. Ist auch nicht alles Gold, was ich mache, um Gottes Willen. Also ich glaube, ich bin schon relativ gut reflektiert. Und ärgere mich manchmal natürlich auch über mich selber, weil ich denke, ja, hättest du dich vorbereitet, wirst du vielleicht noch besser gewesen. Aber ich glaube, genau davon lebe ich und lebe auch eben mein Dasein. Und die Leute wissen, glaube ich, schon noch ganz genau, was sie dann einkaufen mit mir. Und ich bin halt, ich bin immer nicht der Beste, aber ich bleibe meistens in Erinnerung. Erzähl doch mal, wenn sie dich einkaufen, sagtest du gerade was. Ist dein Geschäftsmodell wie, wovon lebst du? Als Marke Jörg Lange? Oh ne, ich sehe mich gar nicht als Marke. Also ich bin Dienstleister. So würde ich mich sehen. Komme wieder dahin. Ich weiß, was ich kann. Ich bin in relativ vielen Sachen relativ schnell gut bis zu einem Punkt, wo es mich dann langweilt. Und da müsste ich mich dann eigentlich spezialisieren und dann habe ich aber schon keine Lust mehr. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Und diese Quatscherei, die habe ich halt irgendwie immer schon gemacht, aber irgendwie auch aus der Not eine Tugung gemacht. Man mag es kaum glauben, bis ich so 16, 16, halb war, war ich total schüchtern. Das hat sich so ein bisschen gelegt, als ich dann in die Lehre kam. Ich bin gelernter Restaurantfachmann. Cool. War einer von zwei männlichen Auszubildenden unter, ich glaube, 15 Frauen. Das prägt auch. Ich hatte einen Oberkellner, also einen Ausbilder. Der hat mir dann auch schon gezeigt, wo es lang geht. Und der Beruf war für mich Gold wert, weil du im Grunde so viel über Menschen lernst und auch merkst, mit Situationen umzugehen. Und das habe ich mir halt irgendwie gut gemerkt. Ich war nie, wie gesagt, ich war nie der Beste, aber ich war immer der, der meistens in Erinnerung geblieben ist. Und ich bin halt ein Performer und ich bleibe dabei, man kann nicht allen gefallen. Nicht jeder kann alles, musst du auch nicht. Und es gibt ganz viele Leute, die mögen mich. Es gibt ganz viele Leute, denen bin ich egal. Es gibt auch genauso viele Leute, die finden mich scheiße. Aber damit kann ich auch leben, weil wenn man sich in so ein Mitschiebe gibt, dann ist das eben so. Ich habe dich vor, ich glaube, vier, fünf Jahren das erste Mal wahrgenommen beim Damp-Land-Talk vom SAZ. Das fand ich schon großartig, wie du das da gemacht hast. Fandst du? Echt? Ja. Wenn ich das heute rückblickend angucke, denke ich immer, ach du, ich kann mich schlecht selber angucken. Kannst du dich selber gut angucken? Anhören mittlerweile besser als angucken. Ja. Weil durch drei Podcasts gefühlt die Woche höre ich meine Stimme auch jeden Tag. Naja gut, das gehört ja mit dazu. Genau. Das ist ja nun mal Arbeitsbedingungen. Aber ich finde angucken, weil ich ja auch von der Bühne komme und das war für mich der größte Unterschied. Auch jetzt in meinem, in meinem, wer kommt, da kommt, Talkshow-Format, wenn man das so nennen will. Darf man. Wenn du es auf der Bühne rausballerst, dann ist es weg. Ja. Und jetzt ballere ich es genauso raus, als ich auf der Bühne. Ja. Und dann kriege ich es auch nochmal vorgelegt. Und dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, weil ich manchmal denke, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber das ist in dem Moment, fühlt sich es richtig an und dann muss man sich auch vom Freimachen. Ich bin auch immer der, mein größter Kritiker. Nach egal welcher Moderation oder Veranstaltung, ach Kacke. Nicht gut vorbereitet, nicht gut genug, nicht gut genug reagiert, nicht gut genug das und das und das. Aber die Feedbacks sind größtenteils positiv. Und dann versuche ich mich darauf zu verlassen, dass die mich nicht anlügen. Weil wenn es Scheiße war, sagen sie vielleicht eher nichts. Wenn es Scheiße war, würden sie vielleicht nicht sagen, das war gut. Dann würden sie vielleicht nichts sagen. Da bin ich anderer Meinung. Auch da kann ich nur sagen, wenn man mal Lust hat, sich zu denunzieren zu lassen, ich nenne es immer gerne ungefragt eingereicht, dann muss man mal so ein Talkshow-Format machen, weil alle, die die dreimal Inas Nacht geguckt haben, wissen es alle besser. Und das ist dann ganz schwierig, wenn du so ein Format machst, genau wie bei dir, wo dein Name draufsteht. Das ist dein Baby, dein Herzblut steckt da drin. Du weißt es selber am besten, würde ich jetzt mal sagen. Und es geht gar nicht darum, dass man nicht kritikfähig ist oder dass man nicht einfach mal konstruktiv auch mal was aufnimmt, weil es ist nicht alles schlecht, was kommt. Aber eine schöne Anekdote kann ich gerne erzählen. Als ich, wer kommt, der kommt, mir ausgedacht habe, wusste ich ja nicht, ob das funktioniert. Wir konnten das nicht testen, gar nichts. Wir haben angefangen im Wiking-Turm oben in der Bar. Da kommst du nur rein mit dem Fahrstuhl. Ich hatte mir das so vorgestellt irgendwie, ich hatte eine Live-Band und dann kommen die Gäste da rein, die Band spielt und dann kommt halt, man weiß ja nicht wer, ich ja auch nicht, kommen dann da rein und dann spricht man halt miteinander. Und dass das alles überhaupt so funktioniert hat beim ersten Mal mit Live-Publikum, mit allem drum und dran. Und ich war wirklich froh, dass das alles geklappt hat. Und der letzte Ton der Band ist noch nicht mal ausgeklungen gewesen. Da kam der erste Kritiker, schöne Grüße nochmal an Frank Ameis, dem Bürgermeister von Fahrraddorf, der war es nämlich, zweieinhalb Atü im Turm und sagte zu mir, ich hatte als Gäste Finn Bartels da und Kirsten Bruhn. Und das Erste, was er sagte hier, das Gespräch mit der Rollstuhlfahrerin. Also ich finde, man kann sich dann auch schon mal den Namen merken, wenn man Kritik übt. Also das Gespräch mit der Rollstuhlfahrerin, da hättest du noch viel mehr rausholen müssen. Und das mit Finn Bartels war auch nichts, aber das kennen wir ja schon von dir von Holstein. Das war das Erste, was ich gehört habe. Und das zog sich vier Tage lang wie ein roter Faden durch mein Leben, weil ich selber ja gar nicht wusste, wie war das überhaupt. Sondern ich war erst mal froh, dass das geklappt hat. Und mittlerweile mache ich mich einfach frei davon und ich halte auch brutal dagegen, weil überall steht mein Name drauf. Und ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich muss es zumindest erklären dürfen. Und wenn du eine Meinung hast, dann darfst du die gerne sagen, aber dann musst du auch damit rechnen, dass ich auch mal zurückfeuere. Facebook ist ja eigentlich ein Hort von Kritik und von oft auch nicht reflektierter Kritik. Aber wenn ich mir deine Posts anschaue und die Kommentare drunter, da sehe ich durchaus viel Positives. Ich bin auch überrascht tatsächlich. Auch bei YouTube. Hatte auch mit mir Gegenwind gerechnet, aber ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch dieser Beruf so ein bisschen mit sich bringt, weil du dich eben auch ins Rampenlicht stellst. Ich mache es ja aus bestem Ansatz, weil ich die Leute gerne unterhalten möchte. Und das muss man dann irgendwie auch lernen und akzeptieren, dass du nicht alle erreichen kannst. Nicht jeder findet das super. Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir in Kiel gelandet, da habe ich ein Plakat geschaltet, um einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, wer bisher da war. Und Ralf Stichner, Fury in the Slaughterhouse, Stanford und, und, und. Und darunter hat dann jemand kommentiert, ja, welche Promis sind denn da? Ich lese da noch keinen. Also, das ist dann auch wieder so dieses, ja, okay, du kannst es halt nicht allen recht machen und entweder begibst du dich dann in diesen Fight, der ist unglaublich anstrengend, oder du überliest es einfach. Mir juckt es natürlich schon in den Fingern, aber ich lasse es mittlerweile sein. Man kann es grundsätzlich nie allen recht machen. Und manche, das habe ich mittlerweile auch lernen und erfahren müssen, manche leben davon, etwas zu bemängeln, zu meckern. Nur dann sind die wiederum glücklich. Das stimmt, aber das, oh, jetzt. Ja, das kann Chico auch nicht ab, dieses Thema. Ihr hört es gleich im Hintergrund von Chico ist, ne? Reflektierte Kritik kann er auch nicht. Ja, ja. Es hat ja meistens, wenn die was sagen, Chico, was ist denn los? Also, Chico muss man sagen, ist unfassbar hässlich, aber ich bin ein bisschen nicht verknallt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist. Das ist so eine, das ist Chico. Ich würde ihn adoptieren. Meine Freundin hat einen Mobs und hat gesagt, Chico ist unfassbar hässlich. Dagegen ist ihr Mobs Brutus ein Model. Und ich habe Brutus gesehen. Ja. Mit Spitzname Glotzi. Da weißt du auch Bescheid. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Chico, was ist los? Er hat was zu sagen. Ich wollte damit sagen, dass die Leute, die Kritik üben, wahrscheinlich gerade selber vielleicht auch ein kleines Problem haben und sich dann darüber so ein bisschen Luft machen. Ja. Dann ist diese Kritik gar nicht mehr so schlimm, aber es nervt halt trotzdem. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Nach dieser Kritik des Bürgermeisters. Ja. Und Kritiken anderer. Ja. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit nach Hause? Wie bereitest du da die nächste Sendung vor? Oder stört dich das auch in deiner Motivation, in deiner Vorbereitung und hinterfragst du das dann auch? Also, ähm. Chico. Chico ist so geil. Wir sind ja unter uns, deswegen, ich finde, man muss auch ehrlich sein. Und das macht mich vielleicht auch ein bisschen aus, also ich halte ja mit nichts hinterm Berg positiv wie negativ. Ich will dir eins sagen, ich habe diese Show vorbereitet und habe sie umgesetzt. So. Das war an einem Donnerstag, da hatten wir Premiere. Es hat bis Samstag gebraucht, das alles abzuarbeiten, weil es ja grundsätzlich jeder gut meint mit mir. Total. Also erstmal. Erstmal, diese Verbesserungsvorschläge sind ja alle gut gemeint. Und jetzt hältst du ganz kurz dein Wort, bitte? Denn jetzt kommt der Postbüdel. Okay. Und jetzt könnte Chico laut werden. Okay. Okay, dann lass laufen. Ja, ich habe ja gute Technik. Oh. Ah. Ah, da ist schon der erste Unterschied. Du bekommst der Korn. Eine Spitze. Ja, stimmt. Ich habe nämlich sehr gute Technik. Eben. Und auch Profis im Hintergrund. Laufen ich schon? Und auch Profis im Hintergrund. Das auch, naja, egal. Also, wie ich das wahrnehme. Also, ich finde ja, man muss sich tatsächlich auch mal ehrlich machen, wenn man dann in so einem Format geht und auch mal erzählen, wie es dann tatsächlich ist. Also, ich habe die erste Sendung an einem Donnerstag gemacht. Es hat bis Samstag gebraucht, bis ich diese ganze Kritik, sag ich mal, abarbeiten konnte. Und dann ist irgendwann auch so der Druck von mir abgefallen, weil ich bin da ja eine One-Man-Show. Es bleibt ja alles an mir hängen. Und da war ich dann wieder bei dem Punkt, wo ich dachte, die Leute müssen doch verstehen, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen mache irgendwie. Und deswegen habe ich diese Kritik dann irgendwie nicht so verstanden. Aber mittlerweile gehe ich da etwas gelassener mit um. Gelingt mir auch nicht immer, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil wer hört schon gerne Kritik. Es müssen jetzt aber auch nicht alle stehen und klatschen. Das finde ich auch irgendwie blöd. Ich bin immer erstaunt. Und da bin ich genau wie du der Meinung, wenn man selber sehr kritisch mit sich umgeht, dass die Leute das dann gut finden. Und vielleicht muss man irgendwann da hinkommen und sagen, man muss das annehmen, weil es dann wirklich auch unterhaltsam war. Ich sitze aber danach und gucke mir das an und sehe so viele Dinge, wo ich einfach denke, ja, das hätte man irgendwie anders lösen müssen können und so. Aber in dem Moment fällt es einem nicht ein und ich bin ja komplett unvorbereitet. Ich habe keinen Zettel in der Hand, ich lese nichts ab, ich mache das alles. Da haben wir eine Parallele hierzu. Ja, ich mache das alles aus dem Kopf und dafür finde ich es dann manchmal schon okay. Und wer meine größte Kritikerin ist, neben mir ist meine Schwester. Und meine Schwester kümmert sich ja um die Gäste. Und das kann ich gar nicht ertragen. Also um die Studiogäste oder um die Gesprächsgäste? Nein, um die Gesprächsgäste, also um die Promis. Das sind zwar alles... Sind doch keine Promis. Haben wir ja gelernt. Also das sind zwar alles meine Kontakte, aber man darf auch ein bisschen stolz sein, wenn ein Wolfgang Kubicki, also der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, bei mir zu Besuch kommt oder ein Thomas Helmer oder sich ein Ralf Stegner Zeit nimmt. Ob man die mag oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber ich bin ein Format, das keine Sau kennt. Und die machen das nicht, weil sie dadurch Reichweite haben oder weil denen dadurch irgendwie was, sag ich mal, versprochen wird, sondern die machen das mir zuliebe. Die kommen für mich. Und das alleine zu sehen ist schon gut. Und wenn du auf der anderen Seite dann deine Zuschauer hast, die dann sagen, ja also für 20 Euro warst du billig und für 40 Euro muss ich aber wissen, wer kommt. Nee, musst du nicht. Entweder lässt du dich auf den Abend ein und ich bin ja auch noch da. Also ein bisschen was kann ich ja auch noch dazu bringen. Und 30 Euro bist du ja auf jeden Fall schon mal wert. Und die letzten 10 kann man dann... Vielleicht auch 32. Aber wir müssen auch ehrlich sein, das Ding ist halt richtig, richtig teuer, was wir da machen. Und ich jammer nicht, ich zahle das alles immer fleißig. Dann erzähl doch erstmal für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Und es gibt ja jetzt noch ganz, ganz viele, die es eben noch nicht kennen. Weil, wer kommt, der kommt, gibt es erst seit diesem Jahr. Seit Februar, genau. Sieben Shows haben wir gemacht. Fünfmal im Wikinturm in Schleswig, dann einmal im Meerfisch in Eckernförde und jetzt sind wir im Güterbahnhof in Kiel gelandet. Und wer kommt, der kommt, ist ganz einfach. Es hat die Unterzeile Promi-Talk mit Jörg. Alle denken immer, wer kommt, der kommt. Ich komme mal bei dir vorbei und setze mich auf den Stuhl. Das ist ein schönes Konzept, aber es geht schon um entweder Prominente und auch Storyteller. Es geht auch darum, Leute zu treffen, die ich eben nicht kenne. Du kannst nicht alle kennen. Bei den Prominenten wird es halt ein bisschen einfacher. Aber waren das schon welche bei, die du gar nicht kanntest? Ja, ja. Heißt, sie kommen durch die Tür oder im Aufzug hoch, jetzt nicht mehr. Komm rein und du denkst, fuck. Schöner Moment, ja. Was ist da denn? Genau, die Musik ballert, alle klatschen und dann wird es leiser. Und dann muss ich sagen, du, herzlich willkommen bei Wer kommt, der kommt. Aber ich weiß nicht, wer du bist. Und dann sagt er auf einmal, ja, ich bin Wolfgang Kubicki. Und dann, ach, den kann ich doch schon mal, genau. Doch, hier SPD, ne? Ja, ja, ja. Nee, ich hatte zum Beispiel Katja Just, Schriftstellerin von Hallig Hoge oder auch Greta Silver, YouTuberin, 76 Jahre alt, Bestseller-Autorin, sagte mir gar nichts. So, aber den Unterschied, der größten Unterschied ist zu den normalen Promis, wenn die kommen, Katja Just stellte sich vor mit, nachdem sie auf ihr Buch schaute, ich bin Katja, also den Nachnamen hat sie vergessen, hat nicht einmal übers Buch gesprochen mit mir oder in die Kamera gehalten. Und bei Greta Silver war das so, sie stellte sich vor mit, ich bin Greta. Und dann denke ich immer, okay, wenn die nicht mehr Preis geben wollen, dann lassen wir es dabei. Und dann ganz zum Ende des Gesprächs sagt sie, ja, ich bin irgendwie auch Model und mache YouTubes und habe irgendwie fast fünf Millionen Follower und bin Bestseller-Autorin dreifach und so. Und dann denkst du, ja, alles klar, okay. Und das macht das dann so aus, aber am allercoolsten ist halt die Chemie unter den Talkgästen an sich und dass wir eben mit der Show so dicht dran sitzen. Ich höre immer, das ist so ein bisschen wie Inas Nacht, nee, ist es nicht, weil Ina ist eine Frau, wir saßen oben im Wiking-Turm, ich habe keine Shantys, da weißt du, wer kommt, bei mir weißt du es halt nicht. Ja, so. Parallelen gibt es sicherlich immer, Formate gab, das wird es auch irgendwo auf der Welt bestimmt irgendwo geben. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Aber trotzdem, du machst ja eine Lokalproduktion mit hohem Aufwand, mit einem hohen finanziellen Aufwand, mit einem Risiko dahinter und du gibst dich ja auch in ein Minenfeld. Ich meine, du weißt halt nicht, wer kommt und ich glaube dir das einfach mal und das dürfen wir natürlich auch glauben, dass du es selbst nicht weißt. Nein, das ist auch so. Du schneidest ja eigentlich auch ins eigene Fleisch, weil man merkt es bestimmt, ob du vorbereitet bist oder nicht. Ich meine, wenn ich Fragen stelle hier im Podcast, häufig verkenne ich die Antworten schon, ich kann es auch gut überspielen. Und nichtsdestotrotz, ich gehe mal davon aus, du weißt es nicht, aber das ist ja auch ein immenses Risiko, dem du dich aussetzt. Weil da sind 80, 100 Leute live, dann wird es live aufgenommen und jeder kann danach sehen, Mensch, wie hat sich der lange angestellt? Hat er sich da blamiert? Ja, aber selbst wenn. Das ist ein Risiko, dass du eigenwillig eingehst. Ja, aber selbst wenn. Und warum nimmt man sich denn das Recht raus, dich auch noch dafür zu kritisieren? Weil du, glaube ich, Eintritt zahlst. Ja, weil du Eintritt zahlst und weil du, glaube ich, Warum eigentlich? Warum du Eintritt zahlst? Das kann ich dir sagen. Ich habe da ungefähr 20 Leute laufen. So, und das ist ja. Ich meine es ernst. Ja, ja. Erzähl mal. Wir betreiben da wirklich einen riesen Aufwand und das sind ja auch immer die gut gemeinten Ratschläge, die dann kommen. Ja, warum nimmst du es denn auf? Ich sage ja, soll ich dann hier für, als wir noch im Turm waren, für die 60 Leute, soll ich dann darauf setzen, dass die 60 Leute sagen, ich habe einen super Abend verbracht? Also bis die das verbreiten, das dauert ja noch länger und ich habe ja ein mittel-langfristiges Ziel. Ich will damit ja, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, ich will damit ins Fernsehen. Ob das klappt oder nicht, keine Ahnung, aber ich gehe das an. Und ich habe keine Redaktion dahinter, ich habe keinen Sendeplatz dahinter, ich habe keinen TV-Sender, gar nichts dahinter. Wir machen das alles in Eigenregie und dafür möchte ich auch mal ein bisschen Kredit kriegen, sage ich mal, dass die Leute das auch anerkennen. Aber die sind so verwöhnt und es ehrt mich ja, wenn sie sagen, das ist ja wie Inas Nacht oder wie TV Total oder wie Legenheit Berlin. Das heißt also, wir sind schon auf einem guten Weg, aber jetzt geht es eben darum, den einen zu finden, der sich traut. Der sagt, okay, lass uns das mal ausprobieren. Und das Allergeilste ist ja, dadurch, dass das bezahlt ist, müsste ein Sender, ein Verlag, wer auch immer, ob Zeitung, egal, die müssen nicht mal Geld in die Hand nehmen. Die könnten sagen, wir probieren das einfach mal aus. Und wenn die sich mal ein halbes oder dreiviertel Jahr Zeit nehmen würden und sagen, okay, lass doch mal gucken, was damit passiert. Und es hat ja auch eine Chance, vielleicht eigene Sponsoren da drauf zu packen. Und ich habe mit dem SAZ, wollte ich das eigentlich zusammen machen, denen habe ich das angeboten, ich sage, ihr könnt das vermarkten. Ich will nur die Produktionskosten haben, ist mir egal. Macht damit, was ihr wollt. Ich will nur gucken, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Dem SAZ habe ich auch schon diverse Podcast-Formate vorgeschlagen. Und? Irgendwie still geworden darauf. Ja, guck mal. Und das ist dann einfach so, dass du mittlerweile in diesen Positionen immer Leute sitzen hast, die Angst haben, sich einfach mal in den Wind zu stellen und was auszuhalten. Und das ist dann auch so ein bisschen der Ansporn für mich zu sagen, ja klar, ist das wirtschaftlicher Wahnsinn, was ich da mache. Aber ich weiß, ich glaube an mich, ich glaube an das Format, an das Produkt. Und eines meiner Lebensmottos, oder Mottos, 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 den ich mir immer sage, alles kommt zu dem, der warten kann. Und ich bin sehr geduldig und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit. Gottes Willen. Ja, das weiß ich, weil das seit drei Jahren in meinem WhatsApp-Status steht. Okay. Doch nicht ohne Grund. Ja. Selbiges hier. Irgendwann sagt mal jemand, Mensch, warum nicht über unseren Verlag? Warum nicht über unseren Sender? So in die Richtung. Ist so. Und ist ein Zitat von Rammstein. Guck mal. Guck mal. Also da, jetzt sind wir doch, jetzt reiben wir uns. Super. Was ich schön finde, Jörg, grundsätzlich, der Mut, dieses Format anzugehen. Hier vor Ort in der Region was zu machen mit einem immensen Risiko finanziell im Hintergrund. Dass du, du hast eben mal gesagt, mit 25 bist du im Radio, 35 bist du im Radio angefangen, Anfang der 2000er. Kann man ein bisschen rechnen und die Optik dazu. Also du wirst um die, du wirst um die, du wirst um die, du wirst um die 70 sein. Ja, ja. Also mit, ja. Und geh jetzt nochmal dieses Risiko ein. Ja, warum denn nicht? Das finde ich schön. Ja, warum denn nicht? Nein, weil, viele sagen ja, hätte ich mal, hätte ich mal vor zehn Jahren, da war ich noch jung genug, da war ich noch vital genug. Ja, aber da hatte ich die Idee ja nicht. Nee, aber das finde ich so schön, dass du, sag mal, mit Mitte 50. Ja, ich bin 55 gerade geworden, 7. August. Also ja. Super, Mitte 50, lag ich ja richtig, noch was machst, noch dieses Risiko eingehst und auch noch diese Zielsetzung hast, hey, damit möchte ich ins Fernsehen. Weil viele beschäftigen sich in diesem Alter ja eher schon damit, Mensch, was mache ich jetzt noch die nächsten 20, 30 Jahre? Ja, aber den Gedanken hatte ich nie. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, also es wird jetzt langsam Zeit, weil auch mein hübsches Antlitz wird nicht besser. Aber ich höre oft, das Alter tut mir gut. Ja, ich weiß ja nicht, wie du vor zehn Jahren aussahst. Wahrscheinlich nicht so gut, aber ich nehme es halt wie ein Mann. Und ich glaube, genau daran krankt es auch an diesen Verhinderern. Also ich treffe auf dem Weg dahin, also ich hatte die Idee und bin relativ schnell in die Umsetzung gekommen. Aber auf dem Weg dahin, ich sage jetzt mal, es war vielleicht nur ein Vierteljahr, habe ich so viele Bedenkenträger getroffen, die mir erzählt haben, warum das nicht funktioniert. Und das ist für mich jetzt nicht der Ansporn. Ich bin ja nicht wahnsinnig, aber ich bin, glaube ich, jemand, der gerne über Grenzen geht und der sich auch gerne ausprobiert. Und ich bin auch jemand, der eine Niederlage einstecken kann. Ich habe eine dicke Fresse, ohne Frage. Und ich bin auch jemand, der polarisiert und der vorne steht. Aber ich bin der Erste, der auch sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht. Und insofern glaube ich, solange das Licht in meinem Kühlschrank noch brennt und ich mir noch eine Scheibe Brot kaufen kann, und das wird mittlerweile eng, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber solange ich das noch wuppen kann, will ich das gerne probieren. Und dann kann ich am Ende aber sagen, ich habe es wenigstens probiert und an mir hat es vielleicht nicht gelegen. Also am Ende dann vielleicht doch, aber ich habe es zumindest ausprobiert. Und das ist doch eine schöne Erfahrung. Bis wann geht es garantiert weiter mit der Show? Ja. Bis Jahresende erstmal? Ja, das wäre ein Traum. Also das hängt natürlich auch von Sponsoren ab. Also das ist auch noch nicht gesichert. Ich bin... Also was kostet so eine Show? Bummelig. Reine Produktionskosten? Ja. Zwölf. Zwölfhundert. Das wäre schön. Zwölf Tausend Euro. Zwölf Tausend Euro und davon verdiene ich nicht eine müde Mark. Das muss man sich mal auf der Zunge jetzt angehen lassen. Jetzt sagen alle, 40 Euro Eintritt. Ja, ist richtig, aber jetzt machen wir mal das Rechenbeispiel auf. Ich hatte in Mathe immer eine Betonfünf, ja? Ich gebe hier zwölf Tausend Euro aus und ich habe jetzt beim letzten Mal 90 Karten verkauft. Ich hatte 150 Leute da, habe also 60 Leute auch eingeladen. Potenzielle Sponsoren, Partner, die mich begleiten, die was für mich machen und, und, und. Also 90 mal 40 sind, glaube ich, 3.600 Euro. Das heißt, ich habe mal so bummelig noch 9.000 Euro auf der Uhr, die ich irgendwie wuppen muss. Aber mir schreibt jeder eine Rechnung. Alle Leute, die da bei mir arbeiten. Es gibt drei Leute, die kein Geld verdienen. Das ist meine Schwester, die die Gästebetreuung macht. Das ist meine Freundin, die Social Media macht. Und das bin ich. So, und das ist auch in Ordnung. Aber man wird ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man sagt, das machen wir jetzt erstmal schön. Also die nächsten zwei, drei Jahre machen wir weiter. Deswegen gibt es auch immer nur den nächsten Termin bei mir auf der Homepage für die Show. Weil ich kann nicht für Dezember schon Tickets verkaufen, wenn ich nicht weiß, ob ich jemanden habe, der die Show sponsert. Und ich möchte nicht, das noch als Zugang, ich möchte nicht eine Location mieten, wo ich tausend Leute reinkriege, die aber so weit weg sitzen, dass du gar nichts mehr siehst. Sondern ich mag das gerne. Da geht der Charme auch der Veranstalter. Genau. Das Format ist verdammt. Und wir waren jetzt im Güterbahnhof in Kiel, haben das erstmal ausprobiert, waren im Großen, da waren 150 Leute drin, wir haben das Ding einmal abgeteilt sozusagen. Das merkst du schon. Also ich finde, das ist schon fast, das ist schon fast zu weit weg. Und ich möchte in den Leuten drin sein, ich will, dass das wuhlig ist, ich will enge, dichte Nähe und so. Und das muss man halt einfach ausprobieren. Und da sind wir jetzt dran. Und deswegen ist am 25.09. der nächste, sozusagen der nächste Show-Act angesagt. Aber da sind wir im Kleingüterbahnhof. Und da es immer der letzte sein könnte. Nö, das glaube ich nicht. Nein, ich will ein bisschen Dramaturgie reinbringen, aber auch nochmal das hervorheben, dass Sponsoren halt gesucht werden. Aber bei dieser Größenordnung, das kann ja wahrscheinlich nicht schnell mal ein Unternehmen von nebenan wuppen. Und ich kann mir auch vorstellen, du suchst doch eher mal einen Sponsor, der das ein Vierteljahr macht oder ein halbes Jahr. Das ist ja ein Traum. Im Idealfall, hey, 225 bin ich, dein Sponsor, 150 hast du zur Verfügung, mach was draus. Sehr mega. Also da würde ich mich natürlich freuen, weil das für mich auch ein gewisser Druck ist natürlich, den ich habe. Neben all dem anderen Krempel, den ich da machen muss. Und das kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen. Also vielleicht denken sich die Leute, 20 Uhr geht's los, lange kommt er mit der Limousine, um halb acht angefahren. Und dann, palmwedelnde Schönheiten, geleiten ihn in die Garderobe, Kaviar, Lachs, Champagner. Ja, schön wär's. Also ich bin da morgens, sag ich mal, um zehn bin ich der Erste. Und ich bin nachts um eins der Letzte, der da alles aufräumt und macht und tut. Und dazwischen mache ich nochmal eben die Show. Unvorbereitet. Ich finde das so schön. Du hast dir ein Ziel gesetzt und gehst es an und ziehst es durch. Trotz des Risikos mit den Finanzen. Du steckst da auch noch viel Kohle rein. Naja, klar. Du gibst viel aus. Wie nimmst du denn Geld ein? Durch meine anderen Jobs. Und da muss man jetzt aber auch mal nicht den Taschenrechner zur Verfügung haben, dass man sich vielleicht ausdenken kann. Ich habe ja auch noch ein normales Leben. Also ich bin ja jetzt nicht nur, wer kommt, der kommt, sondern ich bin ja auch noch Jörg Lange, der irgendwo wohnt. Und nee. Immer noch nicht. Träuchst du um 6.30 Uhr schon nicht. Ich trinke ja keinen Alkohol. Das ist vielleicht auch das Geheimnis, was man jetzt erfolgt ist. Das ist ja auch ein Likör. Aber Tore trinkt sich jetzt schon mal Mut an oder vielleicht, weil das Gespräch so schlecht wird. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Das geht dir noch ein bisschen. Damit er ertragen kann, was jetzt hier gleich noch kommt. Nein. Also ich habe natürlich noch ein paar Moderationsjobs, aber machen wir uns auch nichts vor. Ich bin seit 2018 komplett selbstständig. Hallöchen. Ich zahle Krankenkasse. Ich zahle Steuern. Kann man sich ja mal ausrechnen, wie das geht. Diejenigen, die nicht selbstständig sind, unterschätzen, glaube ich, was es kostet, selbstständig zu sein. Was da alles abgeht. Ja. Also gepaart mit dem Luxus, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich muss nicht jeden Tag zur Arbeit gehen. Ich kann mir das aussuchen. Wir sind ja nicht ohne Grund selbstständig. Das hat noch ganz, ganz viele Vorteile. Aber bei mir klingelt es halt nur, auch wenn das Telefon klingelt. Und das klingelt auch zu Corona-Zeiten recht selten. Und dass ich da irgendwie so gut durchgekommen bin, auch nochmal Glückwunsch. Da gab es, wer kommt, der kommt noch nicht. Und man könnte jetzt im Grunde eigentlich sagen, also jeden Monat ist bei mir der Kampf um die Fünfstelligkeit angebrochen. Und dass ich das überhaupt irgendwie so hinkriege, ich wundere mich selber. Aber ich bin halt auch jemand, ich sehe das Ziel sozusagen und nicht den Weg dahin. Und ich weiß halt, ich kriege das hin. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller. Ja, die kennt man auch als Stadionsprecher. Ja, manchmal schon, ja. Von Holstein Kiel. Ja. Holstein, das dürfte dem einen oder anderen aufgefallen sein, ist aufgestiegen. Das ist so. Das Aushängeschild des norddeutschen Fußballs. War ja mal ein anderer Verein. Ähnliche Farben. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ja, ja. Also nach wie vor unfassbar, dass die nicht in der ersten Liga sind. Aber das nur mal am Rande. Es ist unfassbar. Ja. Und einen größeren Gau für einen HSV-Fan, dass jetzt sogar Holstein erste Liga spielt und Pauli und Hamburg immer noch nicht. Aber darum soll es nicht gehen. Holstein ist jetzt aufgestiegen. Ja. Du bist immer noch der Stadionsprecher. Das ist so. Bayern kommt jetzt in ein paar Tagen. Ja. Ist es ein Unterschied für dich, für einen Erstligisten Stadionsprecher zu sein, für einen Zweit-, Dritt- oder Viertligisten? Macht es irgendwas mit dir? Was verändert sich möglicherweise jetzt auch an deinem Job? Gar nichts. Also ich finde gar nichts. Und eins meiner Credos ist immer, von der vollen Hütte kann jeder. Und ich habe in der vierten Liga angefangen, vor 1500 Leuten zu moderieren. Ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich wollte es gar nicht machen. Volker Marzenkowski, mein Vorgänger. Auch RSH, oder? Auch RSH. Dann irgendwann Nora. Der ist nach Leipzig gegangen und hat 9011 das Internetradio mit aufgebaut. Und siehe da, es ging um Fußball. Ihm ist dann aufgefallen, dass jedes Wochenende irgendwie ein Spiel ist. Und er musste dann irgendwie gucken. So, und dann ist er da halt nach Leipzig gegangen und da wurde diese Stelle frei. Und dann haben sie mich gefragt. Und ich sage, was soll ich denn da machen? Dann sage ich, ja, hier, Toransage. Und ich hatte da keinen Bock drauf. Ich bin ja eigentlich Schließiger. Und habe lange bei Schleswig-06 auch gespielt. Und da haben die mich auch schon immer gefragt. Und ich hatte da nie Bock drauf. So, 22. Spielminute, Tor für Schleswig-06. Das war das 1-0-Torschütze Panic. Nein, wollte ich nicht. Und dann habe ich aber gedacht, na gut, ich bin da immer dran vorbeigefahren am Holstein-Stadion. Ich denke, komm, guckst du mal ran. Irgendwann gehst du mal rein. Und dann bot sich halt die Gelegenheit. Dann bin ich da hingegangen, habe mir ein Spiel angeguckt. Im Wissen, dass ich da der Stadionsprecher sein könnte. Und dann saß ich da mit Roland Reimel. Der Gott hat mich selig. Der ehemalige Präsident, der ja schon verstorben ist. Und da haben wir uns in die Hand sozusagen versprochen. Es gibt keinen Vertrag, nichts. Sondern wir haben gesagt, Herr Lange, wenn Sie Lust haben, machen Sie das. Und daraus sind jetzt 17 Jahre geworden. Ich gehe in die 18. Saison. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und für mich ändert sich gar nichts, weil ich ja keine Rolle spiele. Das heißt, ich war schon in der vierten Liga erst ligatauglich. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Der Anlauf hat lange gedauert. Aber für mich ist das überhaupt gar keine Arbeit. Sondern ich strahle mir das in den Kalender ein und sage, da ist Holstein. Und Holstein und ich, das passt zusammen wie der Arsch auf Eimer. Und ich empfinde mich als ein Teil dessen. Ich durfte Geschichte schreiben. Mir sagen immer ganz viele Leute, ich wäre eine Institution. So sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin halt einfach Jörg. Ich gehe da hin und mache das, was ich am besten kann, nämlich labern. Das kannst du wirklich wie kaum ein Zweiter. Entschuldigung. Deswegen, ich bin überrascht, dass ich so viel Redeanteil habe. Ich habe weniger erwartet. Echt? Aber du bist ja auch schon deutlich länger auf den Beinen als sonst. Ja, das stimmt. Na müde kommt ja auch blöd. Also da muss man dann gucken. Deswegen hier. Hier. Und nochmal schöne Grüße ans Teekontor aus Husum. Diese Tasse steht auch bei meiner Mutter zu Hause. und daraus trinke ich tatsächlich immer Tee. Ich bin ja Teetrinker. Bist du eigentlich hauptberuflich auch Teetrinker, Tore? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Einmal die Woche. Aber dann nur vom Teekontor Nordfriesland. Selbstverständlich. Der hat deinen Podcast ja aber auch einen richtig guten Namen, wenn du nur einmal die Woche Tee trinkst, nicht? Immer, wenn ich irgendwo bin. Tore, wir müssen... Aber Tee müssen wir nicht trinken. Ich sage, nein, bitte, nee. Nein, 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 alles gut. Alles gut. Gut. Ich habe Fim Badels letztens hier gefragt, was hast du dazu beigetragen, dass Holstein aufgestiegen ist? Er sagt, dass ich rechtzeitig gegangen bin. Was hast du zum Aufstieg beigetragen? Also das trenne ich ganz, ganz klar. Also ich bin... Ich nenne mich eigentlich immer das Bindeglied zwischen Mannschaft, Fans, Sponsoren, Umfeld. So sehe ich mich. Und es gibt ja Kollegen aus meiner Branche, mit denen ich auch lange zusammengearbeitet habe, die glauben ja, dass bestimmte Vereine gegründet würden, damit sie eine Plattform haben zu moderieren. Ich bin dazu da, um das Produkt besser zu machen, nicht andersrum. Was erwartest du diese Saison von deinen Jungs? Schwieriger Start bislang. Ja, aber ich habe es fast befürchtet. Drei Punkte gegen Bayern, würde ich sagen, sind safe. Damit muss man rechnen. Damit darf man auf jeden Fall rechnen. Dann wäre es versöhnlich, der Start. Wenn es so gehen sollte, wie ich es befürchtet habe, sind wir nach drei Spielen minus neun. Den Grill sollte man schon mal vorbereiten. Ja, dann wird es, glaube ich, ganz hart. Aber ich glaube, Holstein hat immer ausgezeichnet, dass man bei sich geblieben ist. Und wir sind halt die Sympathischen aus dem Norden und das ist halt ein Abenteuer. So sehen wir das. Wir werden nicht alle Spiele gewinnen, aber wir werden auch nicht alle verlieren. Hoffen wir das. Tasmania, Berlin. Nein, da, warte mal ab. Also Hoffenheim war schon eng und Wolfsburg muss auch ehrlicherweise sagen, das ist halt der Unterschied zur ersten Liga und auch zur zweiten Liga. Da wird halt jeder Fehler knallhart bestraft und wenn du deine Chancen, wir hatten wieder Chancen, wenn du die nicht machst, dann wirst du in der ersten Bundesliga, glaube ich, nichts gewinnen. Ja. So. Ich möchte abschließen. Ist schon vorbei, oder was? Ja, 38. Da soll sich auch noch jemand anhören. Wenn ich sage 38 Minuten mit Jörg Lange. Würde ich sagen, das lohnt sich. Wie lange dauert eine Show, wer kommt, der kommt? Wenn ich schon so viel Geld bezahle, wenn ich schon 40 Euro Eintritt zahle. Wir haben mal angefangen mit 60 Minuten max. Weil das ist ja so die neuralgische Grenze im Internet, sich das anzugucken. Wir sind mittlerweile bei anderthalb. Es sind aber auch mehr Gäste. Ich habe immer eine geile Musik-Einrichtung. Ich habe eine saugeile Live-Band. Also das ist wirklich, es ist kein Scheiß, was wir da machen. Und insofern ist das halt ein bunter Abend und du kommst halt um 18 Uhr bis um 21.30 raus. Also ich würde mal sagen, du hast so dreieinhalb Stunden. Dafür kann man schon mal 40 Euro ausgeben. Und du hast am Ende einen geilen Abend erlebt. Das Leben ist so teuer geworden. Für 40 Euro kriegst du herzlich wenig. Sag doch nicht immer auf den Preis rum. Also das ist schon gerechtfertigt. Nein, finde ich auch. Ich sage ja, für 40 Euro kriegst du recht wenig anderweitig. Ja, aber da gehen die Meinungen auseinander. Also die Leute glauben wirklich, für 40 Euro, da muss dann aber auch Taylor Swift kommen. Die kommt auch noch. Garantiert. Wenn man sich die Kurve anguckt. Wobei, ihr habt ja schon auch stark gestartet. Und da ist auch eine Definitionsfrage, was heißt bekannt, was heißt gut, was heißt... Genau. Wenn ich auf meinen Podcast projiziere, die großen Namen, die ich hatte und habe, wie Jörg Lange. Also nach mir kann jetzt wenig kommen noch. Die Namen hier aus der Region, die ziehen deutlich besser als die großen Namen. Das ist so. Wie ist es bei dir? Ich meine, es weiß niemand, wer kommt. Ja, ja. Und in der Rückschau ist es bestimmt geiler, wenn da steht, Wolfgang Kubicki war da und jetzt Thomas Helmer war da, als der Bürgermeister aus Fahdorf, der vielleicht nicht Gast sein wird. Der wird auf jeden Fall nicht mehr Gast sein. Das wird er nicht mehr schaffen, glaube ich. Ich wüsste nicht, mit welchem Thema. Ich glaube einfach, ich finde, man darf das gar nicht an den Namen festmachen. Ich will mal ein geiles Beispiel geben, weil das macht, glaube ich, ziemlich deutlich, wie das funktioniert. Als Ralf Stegner bei mir aus dem Fahrstuhl kam, haben sie alle mit den Augen gerollt und fanden ihn alle scheiße, weil Ralf Stegner per se politisch scheiße ist. Das muss man mal so sagen. Das möchte ich hier nicht beurteilen. Nein, aber in der Wahrnehmung der Leute haben alle gedacht, ach du scheiße, Ralf Stegner kommt. Ich kenne ihn ja schon lange. Am Ende, als er gegangen ist, fanden ihn alle geil, weil das ein geiler Typ ist und wir eben nicht über Politik gesprochen haben. Und ich teile seine Meinung. Er sagt, es sind nicht alle mit meiner Meinung einverstanden, aber wenigstens habe ich eine. Und man muss das einfach auch mal zulassen, diese Vorurteile abzubauen. Und genauso Wolfgang Kubicki, der war jetzt ja da. Ich meine, da weißt du auch, was du kriegst. Und das hat Unterhaltungswert ohne Ende. Ob man das gut findet oder nicht, ist ja scheißegal. Deswegen will ich es gar nicht an Namen festmachen. Ich glaube, wenn du, und das war bei mir beim Radio auch immer so ein Aussagepunkt, wenn du privat als Typ nichts zu erzählen hast, wirst du auch im Radio nichts zu erzählen haben von dir, was du den Preis gibst. Und das ist eben mein Job, versuchen die Leute ins Reden zu kriegen. Das klappt nicht immer, aber ich bemühe mich. Und wir haben schon so herzlich gelacht und den Vogel abgeschossen hat Ego Müller, muss man ehrlicherweise sagen, der Ex-Speedway-Weltmeister. Der hat da seine eigene Veranstaltung draus gemacht, hat dann ein Karaoke-Mikrofon rausgezogen, hat My Way gesungen. Also nach dem Wort, hey, großer Abschied. Aber das war auch in Ordnung. Und ich bin einfach nur dazu da, um die alle irgendwie beisammen zu halten. Und wenn das so eine Eigendynamik nimmt, wunderbar. Also, ich habe schon mitbekommen, die bekommen keine Kohle dafür, dass sie in die Sendung kommen. Nee, die kommen alle tatsächlich aus freien Stücken. Wir zahlen natürlich mal ein Hotel oder mal eine ... Ja, ihr habt es ja. Haben wir ja mitbekommen. Musste ich auch lernen. Aber warum kommen die? Wegen mir. Warum kommt ein Kubicki? Der hat ja doch hier mal eine Kreuzfahrt, da mal eine Kreuzfahrt. Der hat auch nicht was ... Oh. Er sagt mir seit drei Jahren ab, deswegen darf ich das sagen. Ach so, okay. Ja, ja. Warum kommen die? Ich glaube tatsächlich, das hat ein bisschen mit mir zu tun. Ich bedanke mich dann natürlich auch immer recht herzlich, weil ich das auch nicht als selbstverständlich erachte. Und ich habe zu Wolfgang, ich habe ihn in den Arm genommen, ich habe mir gesagt, Wolfgang, danke, dass du das gemacht hast. Und er hat zu mir gesagt, für dich jederzeit. Und das ist dann der Moment, wo ich stolz bin, dass ein Thomas Helmer aus Hamburg kommt an einem Mittwochabend. Der hat sicherlich Besseres zu tun, genauso wie ein Andi Altenburg. Stand for One auf der Kieler Woche, haben davon gehört und haben gesagt, wir wollen dabei sein. Das ist geil. Fury in the Slaughterhouse. Christoph Steinstein, der Gitarrist, der wohnt in Berlin. Der setzt sich in den Zug, fährt vier Stunden hoch und kommt in meine Show und wir singen zusammen Time to Wonder. Da stehen 150 Leute im Meerfisch, haben Tränen in den Augen, Gänsehaut. Und genau dafür mache ich das. Und dass die nicht sagen, jetzt hätten wir gerne Rechnung, sondern die sagen einfach, du bist ein geiler Typ, das ist ein geiles Format, da haben wir Bock drauf. Und wenn ich meiner Schwester glauben darf, weil ich weiß es wirklich nicht, wer kommt, da kommen doch so viele geile Leute. Es wäre schade, wenn das nicht weitergeht, weil ich einfach glaube, das ist ein unkonventionelles Konzept. Man muss sich darauf einlassen und dann hast du halt einen geilen Abend. Das gilt auf der Bühne genauso wie davor. Ich drücke dir echt die Daumen von Moderator zu Moderator, die sich trauen aufzubauen, dass du jemanden findest, der dieses Format finanziell unterstützt, damit es am Leben bleiben kann. Weil es ist so wenig, was habe ich heute Morgen wieder gehört von einer, die schon mal da war. Es ist so wenig los hier und es traut sich jetzt mal jemand. Aber was hat ein Sponsor davon, wenn du sagst, die Show wird hier jetzt vom Teekontor Nordfriesland gesponsoredet, da wird doch keiner hinrennen, jetzt nach Husum fahren und sich einen Tee kaufen. Genau, das muss man eben auch wissen. Das ist ein rein idealistisches Projekt, was ich da mache und dadurch wird niemand mehr verkaufen, erst mal, weil wir ja auch am Anfang sind. Aber ich glaube, das Potenzial ist einfach da und es gilt einfach dabei, früh dabei zu sein und das spricht dann, glaube ich, auch für mich und vielleicht kennen mich auch nicht alle so, aber ich bin halt auch eine sehr treue Seele und wer mich von Anfang an begleitet und unterstützt, den vergesse ich nicht. Den nehme ich immer mit und da sorge ich auch für, dass der sozusagen ein Gutes davon hat. Und so funktioniert das halt nur für mich. Eine Partnerschaft ist für mich wirklich noch eine Partnerschaft. Deswegen bin ich 17 Jahre bei Holstein, deswegen war ich 10 Jahre bei der SG Hallensprecher. Das machst du mal nicht so eben nebenbei und für mich geht es einfach nur so. Das klingt super treu von der SG zu Holstein, das klingt sehr treu. Nein, nein, parallel, mein Freund, parallel. Ich weiß. Und super treu ist dann, wenn du nach 10 Jahren, jetzt gieße ich mal ein bisschen Wasser in den Tee, wenn du nach 10 Jahren dann zu hören kriegst, danke, brauchst nächstes Jahr sozusagen nicht wiederzukommen, weil wir spielen jetzt nicht mehr Champions League, sondern nur noch Europa League und der Beirat hat irgendwie einen 60-Punkte-Sparplan aufgelegt und dann bist du leider nicht mehr mit dabei. So, das ist okay, das kann man machen. Ich hätte es anders gemacht. Punkt. Und das gehört auch zu mir mit dazu. Ich nehme halt auch kein Blatt vom Mund, weil ich einfach finde, dieses zusammen sind wir Schleswig-Holstein und wir sind eine Familie und so ist alles super, aber dann muss es auch leben. Ja. Meine letzte Frage im Podcast. Lieber Jörg, ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Sag ich dir sofort. Ich habe als junger Mann immer gesagt, wenn Thomas Gottschalk nicht mehr Wetten, das macht, dann werde ich sein Nachfolger. Das hat jetzt aus bekannten Gründen nicht geklappt. Ich wurde auch nie eingeladen, deswegen mache ich jetzt meine eigene Talkshow. Aber Thomas Gottschalk würde ich mir nochmal geben. Also ich glaube, das ist nochmal so eine Ikone der Unterhaltung und ich bin mit dem halt einfach groß geworden. Genauso wie mit den Carsten Köthes dieser Welt und wie sie alle heißen. Und ich glaube, das könnte ein sehr interessantes Gespräch werden. Und ich glaube, der hat auch noch eine ganze Menge zu erzählen und man würde sich vielleicht auch sogar reiben. Und mich würde interessieren, ob der auch so ist, weil der hat sich glaube ich glaube, der ist so wie der ist. Der hat sich glaube ich auch nicht verstellt und das könnte interessant werden. Oder vielleicht wird es auch ein ganz kurzes Gespräch. Und das hat er ja auch bei seiner Abschiedsrede gesagt. Er verstellt sich hier nicht auf der Bühne und deshalb will er nicht mehr im Fernsehen sein. Ja, ist vielleicht ganz gut für ihn. Er hat aber auch ein Alter erreicht, wo es denn vielleicht Zeit ist. Genau. Dann stellen wir uns doch einmal bildlich vor. Wer kommt, der kommt. November 2024. Voraussichtlich die letzte Show, weil sich kein neuer Sponsor hinten lässt. Und Tommy Gottschalk kommt rein. Dann würde ich, also es gibt eigentlich zwei Leute. Also Thomas Gottschalk würde ich geil finden. Und wo ich auch weiß, wo es richtig eng wird für mich, wäre Peter Maffay. Weil das ist so ein geiler Typ. Ich habe neulich eine Doku gesehen über den. Den würde ich auch gerne mal mit mir begrüßen. Da weiß ich schon, da wird es auch feucht bei mir. Weil ich glaube, wenn der sich in meine Sendung traut, mehr Ritterschlag gibt es kaum. Also Peter, wenn du uns hörst, das herzlich eingeladen. Ich weiß es nicht, aber irgendwann stehst du vielleicht vor der Tür. Ich drücke dir vom ganzen Herzen die Daumen, dass es klappt. Ich möchte mich auch sehr gerne von dieser Sendung mal vor Ort überzeugen lassen. Jederzeit. Hast du zwei weitere Zuschauer? Wieso zwei? Bringst du Chico mit oder was? Dann würde ich nicht von zwei springen. Zwei, ein Achtel. Ja, okay. Dürfen Hunde mit? Ja, von mir aus herzlich gerne. Bring ich mit. Also wenn er Bock hat, kann er gerne kommen. Nach deinen Kommentaren über ihn lasse ich ihn auf jeden Fall hier. Okay. Und bedanke mich für deine Zeit. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ah, damn it. Letzte Minute müssen wir nochmal auf. Okay. Mach's nochmal schön. Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Reicht jetzt auch, ne? Das ist ja der Vorteil, wenn man ein teures Team im Background hat. Dann passiert sowas nicht, dass die Kamera, die da einfach so steht, irgendwann ausgeht. Ah, ich sag dir, auch bei mir passieren Dinge. Ich sitze da und ich sehe das alles ganz genau und rege mich so dermaßen auf. Aber das ist dann nur innerlich. Man sieht es hoffentlich nicht. Kann er nicht alles selber machen? Ne, leider nicht. Oder man gut. Wird günstiger. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier kommen durfte. Unbedingt. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Teatime Tour mit Jörg Lange. Vielen Dank, Jörg. So, ich mach mich vom Acker und Tee-Kontor-Husum. Nordfriesland. Nordfriesland, entschuldige bitte. Mann, Mann, das muss besser bei dein Sponsor. Ja, ist so. Ist so. Tschüss. Prost. Prost.